Was war das? Was mit Rets hab ich gerade im Kopf? Wie komm ich denn gar nach hinten? Wie komm ich... Ach, ich hab ja auch Handgranaden, ne? Hier, schlucken sie. Hinderwischt? Nein. Ich treffe alles möglich mit diesen Handgranaten, nur nicht, dass er nicht treffen will. Jetzt... Nein! Das Spiel brauchst du mir noch, glaube ich, nicht schenken. Trägen mir einfach alle DLCs für den EU4, passt schon. Wobei es könnte... Nee, nee, Moment, ich vergiss es. DLCs für EU4 sind nicht so billig wie das billigste Spiel auf meiner Liste. Ach so, wie ist das aktuell? Ist ja noch... Ja, glaubst du, hier ist meine Liste durch, die hab ich ewig nicht mehr aktualisiert. Und... Ich hab da einfach auch nur drauf gesetzt, wo die Liste entlang. Oh, ich sehe es überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ist das überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ist das überhaupt nicht mehr zerstören? Gern das überhaupt zerstören? Ich weiß nicht, was das im Spiel ist, was ich dann habe. Jetzt gibt's doch nicht, wieso verreckt denn der Pisser nicht? Habe ich da die Kiste mit der Handgranate geschoben? So eine Masse hatte diese Handgranate so. Man kann die Kiste mit Handgranaten... Okay. Schön, dass wir das festgestellt haben. Ach... Junge, ich komme nicht da hinten dran. Ich sollte das Spiel in Zukunft nur noch leicht spielen. Okay, dann müssen wir mal die Handgranate suchen. Das war etwas höher. Höher. Ich bin jetzt getroffen, ich weiß nicht. Lass mal noch eine schmeißen. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus, okay. Ja, das war irgendwie so ein Trash-Spiel. Das war mal richtig... Auf der Liste der Trash-Spiel mal richtig weit oben. Aber ich glaube, das wurde inzwischen von so einigen überholt. Was zum Fick? Hast du mich verarschen? Hast du sogar die Handgranate überlebt, oder was? Die hat einfach die Handgranate überlebt. Ich bin ja maximal Trash-Spiel. So, aus der Liste. Okay, wir stellen fest, die Handgranaten sind komplett für den Arsch. Nehmen wir noch ein paar mehr mit. Ja, aber das sind halt irgendwelche Trash-Spiele. Ich weiß nicht mehr, was Arsenville war. War es auch ein Trash-Spiel wahrscheinlich. Hey, wie bin ich da eben dann vorbeigekommen, wo uns die Geschützer auf mich geschossen haben? Hint da irgendwie komisch an den Rand dann. Brauche ich nicht auch rum. Ich kann mich schnell so fest, wenn wir Explosive nehmen, dann das hier. Das killt nämlich. Okay. Ich kriege also wieder Müll geschenkt. Ach, die unterhalten sich noch, ne? Habe ich nicht Untertitel an? Gab es die Untertitel? Ja, keine Ahnung. Freinbar nicht. Aber schön, dass die ihn unterhalten haben, nachdem ich sie schon in die Rift gesprengt habe. Das war auch was Schönes. Da wollen wir aber der Guten hier. Scheiße, ne? Blutverlust festgestellt. Wo kommt das denn jetzt? Hä? Alles? Das siehst du ja so gar nicht. Hm. Ich hab's nicht gekillt. Ich wär's besser noch eine. Dinger taugen ja nix. Keine Ahnung. Vielleicht hab ich jetzt gekillt, was auch immer da drin war. Ich glaub das waren's dann einfach. Aha. Gut. Gut. Uh, Shotgun. Ich auch so gut den benutze. So ein Dorf verbrennen. Okay. Klingt noch Spaß. Mit Kindern? Oder? Ach, natürlich. Alter. Das ist ja auch wieder aushalten, ne? 2. 2. 2 brauchen wir immer. Ich dachte, da ist auch ein Geschütz. Ja gut, aber da kannst du nicht hingehen. Ich mein. Also jetzt kann ich da hingehen, ja. Aber wenn du da raus wirst und direkt da hingehst, so weit kommst du denn nicht, oder? Ja. Nee. Shotgun nehmen. Was ist denn? Was ist denn? Warning, extreme heat during launch, clear area. Ach. Richtig. Richtig. Ja. Ich sehe. Das Crouch Jump ist ja auch merkwürdig. Wieso ist das überhaupt drin? Ich mein. Das ist jetzt auch noch in der Source Engine drin, also. Und dann einfach in den Rücken schießen. Wie ein echter Held. Also wenn ich grob in eine Richtung schieße, soll er zu sterben. Junge, die Shotgun taucht ja auch gar nichts. Warte, hatte ich nicht einen Zweifelfeuermodus? Ist ja auch nicht besser. Ist die überhaupt eine Haffe gut? Nee, ne. Hier war gar keine Waren. Immer stehen Pistole. Heilung gibt es eh nicht. Äh, Rüstung gibt es eh nicht. Also so gut wie nicht. Ich hatte schon mal irgendwann Rüstung. Man kann es anhalten, ich meine. Irgendwie startet es da wieder komisch. Ich weiß nicht. Egal. Hätte ich damals ja besser gemacht. Nee, nicht wirklich. Ich hab eh keine Ahnung, was ich tue. Bad Mojo, weil die Tinos gerne sind. Lebt da noch einer? Nee, ja? Das ist gar keine Tür, oder? Nee, die hat ein Licht da unten. Ich dachte, das wäre noch eine Tür, die man aufmachen kann, aber... Cyberpunk? Ob ich das auf der Liste bin? Ich weiß. Ich glaube, ich habe das mal irgendwann drauf gesetzt. Noch vor Release. Wieso soll das bei mir nicht laufen? Das war eine Hardware nicht mehr gut genug. Das könnte mir sein. Ich bin sicher, diese Rakete, die ich noch abgekommen habe, ist in niemandem auch. Ne, noch eine? Ich kann mir da noch eine laufen? Nee. Soll das noch eine starten? Nein. Warum haben die überhaupt eine Rakete? Was starten die damit? mein ernst aber starten damit wenn wir irgendwas damit machen und damit ich die treppe runtergerutscht ist sehr glitschig diese treppe richter auch so rum kurz munitionen so dann da rein wo ich da nicht da sein ja zurück ist auch nicht aber okay jetzt ja auch ich bin von da gekommen richtig bin darüber gesprungen dann gestorben mich und der scharfschütze da war ich glaube dass man schützen aber auch nicht prinzipiell laufen wobei ich weiß nicht was ist da inzwischen die mindestanforderung habe ich noch mal erhöht mit dem addon also überhaupt irgendjemand gekillt hat überhaupt wer glaube da war gar keiner oder war eine kiste ich habe eine kiste getötet fürchtet mich wie gar keine kiste kann meiner macht diese stelle noch mehr nutze ich nie deswegen habe ich davon noch so viele das ist jetzt für ein auto ich spreche mal da richtig richtiges fahrzeug wir haben gesagt das läuft bei mir nicht hallo kann die anhalt ich bin angehalten worden ich wollte mal rausgefunden bevor ich gleich stücke das kann ich hier atemluft sammeln nicht daheim auf jeden fall also ok ich wollte noch mal laden ja gut aber das liegt halt in der hardware ich meine ich hoffe ich habe noch eine grafikkarte amd bitte jetzt hat mich der wagen gekillt auch schön jungs wie alle sehr sehr gut gerade weiß was ich tue jetzt sterbe ich nicht an diesem scheiß wagen ich werde abspringen voll kann ich abspringen das soll ich das aber mal tun scheiß waffen sind alle mülligen sie haben wirklich direkt und ich recht sich und wie sie steige ich halt einfach vorher aus das geht ja auch bin ich sicher ob man das machen soll aber man kann es weiter wollen wir jetzt wieder verlaufen was ich in diesem sehr linearen spiel legen geschaffen eine stadt ganz schnell dann gespielt die ganze schott ganz schnell da muss ich nicht ausdenken wenn wir noch mal luft Da muss ich mal den Elektro passen Das war einfach ein Fehler ACH Ich hätte auch glaube ich erst direkt da oben aussteigen können Links, rechts, da ist rot Rot ist eine gute Farbe Das ist ein Gegenüber So ein Zombie, wie ich dachte, dass wir so ein Mensch Der gerade seinen Kameraden da verarztet Ahja, das bringt mir auch angenehm Ok, hier gehts aufwärts Der Sonne entgegen glaube ich Core i7 Ja, 4770K ist endlich Ram 12 Gigawatt habe ich 1060 AX580 Ist das empfohlen? Oder ist das Minimum? Achso Achso Ja Junge, das ist nicht so schwer Ich bin auf diese Scheiß fast Junge Danke Mindestens Ja Bin ein bisschen drüber So, ich werde doch nochmal das durchführen Ich hätte einfach von da oben Hier hin springen können Nein Oh, das wäre ja langweilig Moment Was? Achso, ich kann jetzt... Nein, verstehe Und dann kann ich... Und dann kann ich... ... nämlich diese Holzkiste kaputt schlagen Und dann habe ich das Spiel praktisch durchgespielt Dann